Hallihallo ihr Lieben, ich bin's, diesmal alleine in meinem Zimmer. Ich hab mich vorhin da geschminkt. Das erste Mal finde ich, es schaut doch richtig gut aus, oder? Ja, und ich wollte mal noch sagen, ich bin seit ein paar Stunden schon zu Hause gewesen. Morgen wird es kein Video geben, bis 2 Uhr in der Nacht, also nicht in der Nacht, bis 2 Uhr. Und ja, ich hab gerade meine Freundin gefragt, ob sie rauskommen darf. Sie darf heute eben nicht. Und hier halt, ich war noch einen College Block 4a einkaufen, eine Lineal von 30 cm. Und dann sind sie nach Hause gekommen. Dann hab ich mich ein bisschen Video geschaut, dann hab ich mich geschminkt. Und dann hab ich meine Freundin angerufen. Aber sie hebt ab, aber sie darf nicht draus. Und ich hab ein paar Bilder von meiner besten Freundin, also wie ich mich geschminkt habe, geschickt. Schau mal, was sie schreibt. Und ja, also, wenn ihr gegrüßt sein wird, dann schreibt einen Kommentar. Und da unten muss stehen, Hashtag Unicorns Fans. Und wenn das steht, dann werden ich oder meine beste Freundin oder ihre kleine Schwester oder Annette euch grüßen. Und wir grüßen immer zwei von euch oder einen. Ist egal. Und wenn Hate-Kommentare kommen, dann werden wir ein Video von denen machen. Und werden das Doppelte zurückgeben. Also passt euch auf. Spaß, nein. Und wir werden vielleicht morgen, werden wir vielleicht ein Video machen, wo wir draußen sind und unsere Hunde filmen. Vielleicht kannst du euch nicht versprechen. Oder es kommt morgen irgendetwas anderes. Und ja, wir müssen halt auch einmal Mischvideos machen, haben wir gesagt. Für euch kommt dieses Mischvideos auch morgen. Oder so. Vielleicht wird es auch eine Morgenroutine sein. Keine Ahnung, Morgenroutine für Schule. Sollte ich euch sagen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.